Ich fange mal mit dem aktuellen Thema KI an. Das ist ein Riesenthema und es gibt gute Videos im Netz, ob das Jeffrey Hinton ist oder Mo Gavdad oder Jordan Peterson mit Brian Römmler. Also das meiste ist in Englisch, aber es sind super Videos, weil sich da wirklich extrem viel tut. Und mit der KI ist es eigentlich wie mit allen Moden. Man ist da besser bedient mit den etablierten Platzhirschern als mit irgendwelchen Newcommern und Startups oder jungen Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel die meisten der großen Internetkonzerne. Top KI-Unternehmen ist zum Beispiel Alphabet. Die haben YouTube, die haben die Google-Suche, die profitieren davon. Microsoft profitiert davon, Amazon profitiert davon. Die haben wir alle schon länger und die steigen natürlich hin. Die werden mitgezogen und die werden auch in fünf oder zehn Jahren noch da sein. Bei den jungen Unternehmen weiß man das nicht so. Also natürlich ist KI bei uns über diese Königsunternehmen abgedeckt.